Hallo und herzlich Willkommen zu Joy Nova. Mein Name ist Joy und ich werde Dich heute mit dieser Meditation dabei begleiten, Deine Schwingung zu erhöhen. Du findest alle Informationen zu der Online-Hypnose oder Rückführung hier unter diesem Video. Wenn Du möchtest, dann kannst Du auch gerne in unserem Shop vorbeischauen, um Dir um unsere wunderschönen Meditationen als Audio herunterzuladen. Mache es Dir nun ganz bequem. Du kannst Dich sehr gerne hinlegen oder, wenn Du möchtest, aufrecht und bequem hinsetzen. Und dann, wenn Du soweit bist, schließe ganz sanft Deine Augen. Atme tief ein und lenke Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem. Spüre, wie mit jedem Atemzug Ruhe und Entspannung in Dich einströmen darf. Erlaube Dir mit all Deiner Aufmerksamkeit immer mehr und mehr nach innen zu kehren. Es gibt nun nichts weiter für Dich zu tun. Dieser Moment ist einzig für Dich und für Dein Wohlbefinden. Vielleicht bemerkst Du, wie Dein Oberkörper sich sanft anhebt, während Du einatmest. Und während Du ausatmest, ganz sanft nach unten sinkst. Stell Dir hier einmal vor, Du würdest mit jedem Ausatmen tiefer in Deine Unterlage hineinsinken. Du gibst einfach das, was zuvor schwer oder anstrengend für Dich war, nach unten an Deine Unterlage ab. Und dadurch kannst Du immer mehr und mehr in Deine Entspannung sinken. Dein Atem fließt ganz natürlich, Du musst hier nichts verändern. Du nimmst wahr, wie Dein Atem kommt und wieder geht. Und dann entspanne nun Dein Gesicht. Fühle hierfür in Dein gesamtes Gesicht und in Deinen Kopf hinein. Nimm einfach nur wahr. Und dann stelle Dir vor, wie Du mit den nächsten Atemzügen Dein Gesicht und Dein Kopf stetig mehr entspannst. Lass einmal ganz los. Lass all das los, was Du zuvor vielleicht festgehalten hast. Und fühle, wie Dein Körper dadurch vielleicht weicher wird. Wie Du vielleicht gelöster wirst. Und Dich immer mehr und mehr nach innen treiben lässt. Vielleicht möchtest Du Dir hier einmal ganz bewusst werden über die Schwere und Anspannung in Dir. Und dann stelle Dir hier vor, wie Dein Atem wie ein sanfter Windhauch alles von Dir nimmt, was Dir gerade nicht dienlich ist. Stell Dir vor, wie es mit dem Wind davongetragen wird. Ganz weit und ganz hoch hinaus. Ganz leicht und ohne Form. Und ich frage mich, wie tief Du bereits jetzt entspannen kannst, wenn Du einmal Deine Schultern entspannst. Und wirbel um wirbel immer tiefer und tiefer Deine Wirbelsäule entspannst. Gehe hier mit Deiner Aufmerksamkeit links und rechts Deine Wirbelsäule entlang. Stell Dir vor, wie eine sanfte Energie diese Bereiche noch viel mehr in den Ausgleich bringt. Und während Du ganz wunderbar Deine Wirbelsäule entspannst, entspannt sich von hier aus auch Dein ganzer Rücken. und rechts von Deiner Wirbelsäule. Links und rechts von Deiner Wirbelsäule. Entspanne Deinen oberen Rücken. Entspanne Deinen oberen Rücken. bis außen zu deinen Schulterblättern hin, deinen unteren Rücken. Entspanne dein Becken und dann lass ich die Entspannung von hier aus nach vorn zu deinem Oberkörper ausdehnen. Atemzug für Atemzug lässt du die Entspannung in deinen gesamten Oberkörper fließen. Du entspannst deine Arme. Bess tief in deine Hände hinein und nimm hier ganz bewusst wahr, wie deine Hände sich lockern und loslassen und es sich jetzt für dich einfach nur gut anfühlen darf. Und entspanne auch deine Brust. Entspanne deinen Oberbauch. Einen Unterbauch. Dein ganzer Oberkörper ist wunderbar eingehüllt in einer sanften, wohligen, Energie. Und du kannst diese Energie von hier aus einmal weiterfließen lassen. genauso wie ein Bach ganz natürlich fließt, so lass auch du diese sanfte Energie von deinem Oberkörper über die Hüfte weiter und tiefer hinunter fließen. in deine Oberschenkel, vorne und hinten, in deine Oberschenkel, vorne und hinten, in deine Luft. Und gib hier alles Schwere und alles, was zuvor vielleicht angespannt war, über den sanften Bachlauf nach unten hin ab. Lass es einfach von dir fließen, während du tiefer in dein Wohlgefühl hineinsinkst. Und entspanne hier auch deine Füße, so dass dein ganzer Körper ganz wunderbar entspannt sein darf. Lass dich von hier aus mit einem wunderschönen Licht einhören. Vielleicht ein ganz warmes, ein ganz wohliges Licht, welches dich umhüllt und dich hält, dich einbittet mit dieser sanften, liebevollen Energie. Mit den nächsten Atemzügen kannst du noch mehr loslassen. Du kannst ganz in deine innere Welt eintauchen und ganz bewusst und ganz behutsam in deinen Körper spüren. Dann fühle einmal, ob es hier vielleicht Stellen gibt, an denen sich Blockaden oder Spannungen bemerkbar machen. Beobachte diese Bereiche ohne Urteil und erkenne, dass sie nur vorübergehende Hindernisse auf deinem Weg sind. Atme nun tief ein und lasse deine Aufmerksamkeit sanft durch deinen Körper gleiten. Spüre bewusst in jedem Winkel und in jeder Zelle, ohne Erwartungen oder Vorurteile. Nimm wahr, ob sich Bereiche der Enge, Schwere oder Unruhe zeigen. Dies sind die Orte, an denen sich energetische Blockaden festgesetzt haben könnten. Erlaube diesen Empfindungen einfach da zu sein, ohne sie zu bewerten oder zu verurteilen. Widme diesen Bereichen deine liebevolle Aufmerksamkeit und erkenne, dass sie ein natürlicher Bestandteil des Lebens sind. Sie sind wie Wolken am Himmel, die kommen und gehen. Sie sind nicht du, sondern nur vorübergehende Muster und Energien, die sich in dir manifestiert haben. Akzeptiere sie und erlaube dir, sie loszulassen. Indem du ihnen ganz achtsam begegnest, schaffst du Raum für Heilung und für Transformation. Und nun fühle, wie mit jedem bewussten Atemzug die Blockaden beginnen, sich zu lösen und eine leichte und freie Energie durch deinen Körper fließt. Stell dir vor, wie sich die einst blockierten Bereiche mit hellem Licht füllen, das ganz sanft und jede Dunkelheit und Schwere vertreibt. Erlaube diesem Licht, dich zu durchdringen und jeder Zelle deines Seins zu durchströmen. Spüre, wie die Blockaden allmählich aufweichen und sich auflösen, während du dich der reinen, heilenden Energie hingibst. Erkenne, dass du die Fähigkeit hast, dich von diesen Blockaden zu befreien und deine Energie in den Fluss zu bringen. Vertraue darauf, dass du die Kraft besitzt, dich selbst zu heilen und alte Begrenzungen zu überwinden. Mit jedem Atemzug und mit jeder bewussten Wahrnehmung löst sich die Schwere in dir. Und du öffnest dich für neue Möglichkeiten und für neue Energien. Sei geduldig mit dir selbst und gib dir die Zeit, die du brauchst, um diese heilende Reise zu vollenden. Du bist auf dem Weg zur inneren Freiheit und zur Entfaltung deines wahren Potenzials. Schenke dir hier einen Moment der Ruhe. Stelle dir nun vor, wie du die lichtvollen Wesenheiten herbeiruchst. Lichtwesen, die der reinsten Liebe entspringen. Lichtwesen, die dafür da sind, dich auf deinem Weg der Heilung zu unterstützen und zu begleiten. Sie helfen dir bei der Auflösung und der Ausleitung der Blockaden. Fühle, wie ihre liebevolle Präsenz und die heilende Energie dich umgeben. Und dich dabei unterstützen, alte Begrenzungen loszulassen. Spüre, wie sich mit der Anwesenheit dieser lichtvollen Wesen eine mächtige Kraft des Lichts und der Liebe um dich herum aufbaut. Du bist unterstützt und du wirst geführt. Fühle ihre sanfte Berührung und höre ihre zarten Botschaften des Trostes und der Befreiung. Mit jedem Moment verstärkt sich die Verbindung mit der Heilung. Nimm dich zu diesen Lichtwesen, die bereit sind, dir bei der Auflösung und Transformation behilflich zu sein. Nimm einen ganz tiefen Atemzug. Und erlaube dir, dich nun vollständig von ihrer unterstützenden Präsenz durchdringen und führen zu lassen. Lasse sie ganz behutsam die energetischen Fesseln entwirren, die dich bisher festgehalten haben. Und spüre auch, wie diese Blockaden ganz sanft gelöst und aus deinem Sein herausgeleitet werden. Atme tief und erlaube dir, dich ganz dem Prozess der Heilung hinzugeben. Atme tief und erlaube dir, dich ganz dem Prozess der Heilung hinzugeben. Stelle dir nun vor, wie eine Strömung reiner, klärender Energie durch deinen Körper fließt und alle alten, stagnierenden Energien fortspült. Atme tief und erlaube dir, dich ganz dem Prozess der Heilung hinzugeben. Fühle, wie du leichter wirst und deine Seele sich befreit. Atme tief ein und fühle, wie die Last der Vergangenheit von dir abfällt. Und du neue und positive Energien empfangen kannst. In jedem Moment und in jedem Atemzug, den du mit diesen Lichtwesen verbringst, wirst du tiefer in einen Zustand des Gleichgewichts, der Harmonie und der Heilung getragen. Stell dir vor, wie du von dieser liebevollen Führung durch den Prozess der Befreiung getragen wirst. Stell dir vor, wie du von dieser liebevollen Führung durch den Prozess der Befreiung getragen wirst. Und dich wieder in deine volle Lebendigkeit und deine volle Kraft zurück begleitet. Und dann nimm dir hier nun einen Moment der Stille, um dich mit Dankbarkeit zu erfüllen. Dankbarkeit für die Unterstützung der Lichtwesen. Dankbarkeit für die Heilung, die du erfahren wirst. Du darfst, fühle dich getragen und gestärkt, bereit, dich auf deinem Weg der Entwicklung und Transformation voranzubewegen. Du darfst darauf vertrauen, dass du jederzeit immer wieder auf diese lichtvollen Wesenheiten zugreifen kannst, um deine Energie zu klären und zu erneuern. Sei ganz im Frieden und in der Liebe des Augenblicks, der Vollkommenheit und inneren Harmonie. Wundervoll! Stell dir nun vor, wie sich dein gesamtes Energiefeld mit jeder Sekunde weiter ausdehnt und erhöht. Lade bewusst hohe Schwingungen und positive Gedanken ein, die dich nähren, die dich stärken und zu einem Gefühl der absoluten Leichtigkeit und Freude führen. Erlaube dir in diesem Moment der Liebe, Erfüllung und Harmonie zu sein. Nimm wahr, wie die neue Energie in dein Sein strömt. Und deine Zellen mit vitaler Kraft, mit purer Lebensfreude, mit positiver Schwingung erfüllt. Stell dir vor, wie sich jede Zelle deines Körpers in Licht und Liebe ausdehnt. Atme tief ein und lass jegliche Anspannungen oder Blockaden los, während du dich mehr und mehr von einer Träge und Last befreist. Öffne dein Herz und öffne dein Geist für die Fülle des Universums und empfange mit Dankbarkeit die unendlichen Möglichkeiten, die dir offen stehen. Genieße diese Energie, genieße diese Erneuerung und fühle, wie sich deine Schwingung Atemzug für Atemzug anhebt. Und du dich dadurch selbst in deiner reinsten und strahlendsten Form erkennst. Öffne dich ganz für die grenzenlose Energie des Universums. Lasse deine eigenen Energien in alle Richtungen ausströmen. Und spüre diese Verbindung zu etwas Größerem, zu etwas Göttlichem in dir. Erlaube dir, alte Glaubenssätze und Muster loszulassen und dein Unterbewusstsein mit dieser positiven und transformierenden Energien voll und ganz zu füllen. Du wirst dir mehr und mehr deiner Seelenkraft bewusst. Du wirst dir mehr und mehr dieser wundervollen Energie in dir bewusst. Und du fühlst es jetzt. Du spürst es jetzt. Lasse ich diese Energie ganz in dir ausdehnen. Spüre es. Fühle, wie sie alles aus dir heraus wächt, was dich in Schwere, in Trägheit und in depressiver Stimmung zurückgehalten hat. Du füllst dich mehr und mehr mit diesem Licht, mit dieser Fülle, mit dieser unendlichen Kraft der Schöpfung. Und dann spüre nun in dein Herz. Vielleicht kannst du dein Herzschlag wahrnehmen. Vielleicht fühlst du, wie dein Herzraum ganz weich geworden ist und wie du dadurch wieder mehr Liebe spüren kannst, für dich und in dir. Und dann genieße dies. Kehre nun ganz behutsam Atemzug für Atemzug mehr und mehr zurück in deinen gegenwärtigen Moment. Du nimmst diese hohe energetische Schwingung mit in deinen Alltag, die Liebe und wohlwollenden Gedanken über dich selbst. Du wirst dir deines Raumes immer mehr und mehr bewusst und du kannst nun langsam damit beginnen, dich ganz sanft zu bewegen. und wirst immer wacher und wacher. Spürst vielleicht noch einen Moment lang nach. Und wenn du dann soweit bist, dann kannst du gerne deine Augen öffnen und vollkommen klar, vollkommen wach und ganz erfüllt zurück ins Hier und Jetzt kommen. Spürst du dem, dass die Herz bewegen kann? Spürst du dein Herz aus dem, meinen Thailand dasерrent war. Bei euch helft dir, was du dein Herz festivals um weiter vor zum éléments arguing,